Hey Sascha, ich bin Sandra, na? Ey, hast du schon gehört, ne? Die Welt gibt es unter, ey. So cool, so irgendwie. Ja, wieso nicht? Ja, sagst du, die Sonne macht ja auch immer sozusagen so eine Show. Geht unter und auf und so. Und ich mach die Erde auch bald voll Show-mäßig, so alles. Ja, kennst du das Sprichwort nicht? Aber bist du dumm, Sascha, ey. Ja, im Osten geht der Norden auf, im Süden nimmt die DAS in Kauf, im Westen bleibt sie einfach stehen, und im Norden wird man sie nur Montag sehen. Ja, wie? Die Erde geht unter und bleibt, und? Ey, check ich nicht, ey. Ey Sascha, ehrlich, ne? Ich glaub, ich bin zu dumpfem Sterben, ey. Ey, ne? Was, man? Ey, die Welt geht bald unter, ne? Ne, doch. Ne, doch. Alter! Alle sterben, ey, krass. Nur Blut überall, so voll geil, ey. Geil, ey. Alter! Ey, das ist voll scheiße. Guten Tag, der Herr, haben Sie schon gewählt? Ja, wissen Sie, die Welt geht ja gleich unter, und da hab ich gemerkt, doch, bestell ich noch mal was leckeres, was besondere, und ich hätte gerne ein Butterbrot. Ein Toastbrot mit Butter. Wissen Sie, was? Das ist Morgi. Oh, entschuldigung, ich hab das grad nicht verstanden. Wissen Sie, was? Das ist Morgi. Etwas langsamer, wenn's geht. Wissen Sie, was? Das ist Morgi. Ich versteh nicht. Wissen Sie, was? Das ist Morgi. Bitte? Wissen Sie, was? Wissen Sie, was? Wissen Sie, was? Wissen Sie, was? Immer noch nicht. Wissen Sie, was? Wissen Sie, was? Oh, das hab ich wieder nicht verstanden. Wissen Sie, was? Wissen Sie, was? Ganz schlechte Verbindung gerade. Wissen Sie, was? Können Sie deutlicher, können Sie etwas deutlicher werden? Wissen Sie, was? Nein! Verstehst du nicht? Abend geh ich noch essen mit die Kinder. Bei Edeka beim Probierstand. Cheyenne, die Welt geht in ein paar Stunden unter. Das wollten wir noch sagen. Vielleicht machen Sie etwas, was Ihnen wirklich am Herzen liegt noch mit den Kindern. Okay, ich sag kurz die Kinder Bescheid. Mag sie rum! Jacqueline, Tom Henry, komm mal, weil die Mama! Wir gehen noch Currywurst! Wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer! Herzlich willkommen live bei ASPORT.TV, das letzte Mal für dieses Jahr, für die so gerne. Sie haben es tatsächlich schon gehört. Die Welt geht unter. Ich sag es Ihnen in meiner Sendung ja schon seit über drei Jahren, aber es wollte ja kein Penner auf mich hören. So, wer ist in der Leitung? Hallo, hier ist Hermann. Hallo, Hermann. Na, bist du schon ein bisschen aufgeregt wegen Weltuntergang? Ja, das erlebt man ja nicht alle Tage, ne? Das stimmt, Hermann. Hermann, deine Frage bitte. Ich wollte gern wissen, ob ich nächsten... Halt die Fresse, Hermann! Ist doch sowieso alles scheißegal. Die Welt geht gleich unter. Ich verabschiede mich und scheiße das ganze APOTV-Produktionsteam. Ihr köpt mich alle mal. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, liebe Grüße an meine beste Freundin Nicole. Nicole, ich habe seit vier Jahren eine Affäre mit deinem Freund. So, liebe Grüße auch an Nicoles Freund. Ich habe seit fünf Jahren eine Affäre mit deiner Frau. So, jetzt wisst ihr es, ich bin ein richtiges kleines Messstück. Ich verabschiede mich von der Menschheit mit den Worten. Tschüss, ihr Penner. Guten Rutsch. Und tue das, was ich immer einmal in meiner Live-Sendung machen wollte. Ich kacke auf den dummen Tisch. So, ich verabschiede mich und sage... Die Welt geht unter. Oh, das ist nicht gut. Oh, die Welt geht unter. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Ich habe nicht geht. Aber ich bin, HOW dissects Brett drin. So, jetzt muss ich mich über nehmen? Oh, das ist nicht gut. Entschuldigung. Vielen Dank. Vielen Dank.